Ich hab da mal alles vorbereitet. Autobahn, bis Marseille und sich mit der Maut abzogen lassen. Neu, wir fahren. So, das dauert mindestens einen Tag länger. Ja, und was geht's, ist der Sprit kostet? Lasset uns doch am Buzzer entlang fahren. Nee, da gibt's ja auch eine Maut. Marie, kannst du die nicht auch mal mit einbringen? Hier, hol doch mal zu. Warum fliegen wir nicht einfach? Fliegen ist das neue Öko. Brust, danke. Das ist aber gut. So hängen wir aber gescheit was gespart. Man kann nur einen commercialenenenenenen. Er hat sich die Maut. Das ist aber gut. Die Maut. Storben ist das vielstirisch. Dassel, wenn du denemaltenenst. Das war im Neuen.